Das ist ein Spieler, den wir schon eine geraume Zeit beobachten. Spieler, wo wir glauben, dass der durchaus sehr gutes Erstligapotenzial hat. Schneller Spieler, deutscher Spieler, kommt hier aus Norddeutschland, passt, finde ich, perfekt zu uns und deshalb sind wir froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Zudem ablösefrei und denke ich, freuen wir uns alle, dass er im Sommer bei uns ist. Wir suchen nach guten Spielern, die zu uns passen und wenn natürlich das Risiko einer Transfersumme dann noch nicht da ist, umso besser und das ist nicht unbedingt der Weg, aber ich habe ja gesagt, wir versuchen kreativ unterwegs zu sein und Dinge zu machen, die uns nicht in unnötiges Risiko stoßen und das ist sicherlich bei Finn Bartels auf jeden Fall gegeben.